So, ich habe folgendes. Ein Arbeiter möchte hier Steine hochtragen und gesucht ist die Leistung. Die Formel der Leistung ist P ist W durch T und die Hubarbeit ist M mal G mal H. Und jetzt setze ich einfach diese Arbeit da ein und dann bekomme ich die schöne Formel, die ich möchte. Nämlich die Leistung ist M mal G mal H durch die Zeit. So, die Masse, das sind zwei Steine, also zwei Kilogramm mal tausend Steine. Also jetzt habe ich hier 2000 Kilogramm. Und G ist 9,81 Meter durch Sekunde Quadrat, Erdbeschleunigung. Die Höhe waren sechs Meter, 6,0 Meter, Meter ist okay, passt. Die Zeit, ein bisschen gemein, zwei Stunden muss ich umrechnen in Sekunden, zweimal 60 mal 60 Sekunden. Und dann bekomme ich die, ich glaube 16 Watt sind es, die wir da rauskriegen, genau. Das erscheint jetzt nicht viel, aber es ist doch 16 Watt, fertig, ja, doppelt unterstreichen, runden. Aber tausend Steine hochtragen in zwei Stunden, ja, trotzdem.